Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das ist sozusagen das Maskottchen des Tageshoroskop-Kanals. Julchen heißt sie. Der Hansi sitzt daneben. Möchtest der Hansi ins Bild? Ist mir egal. Ist dir egal? Kann ich nicht wissen. Wie ich möchte. Ja danach? Ja. Ja, ist okay? Ja, jederzeit. Ja, das ist der Hansi. Hansi, möchtest du unserer Gemeinschaft was sagen? Ja, ich grüße euch und ich grüße unsere Regierung. Okay, gut, das ist mehr als deutlich genug. Gut, das war's. Ende.